Wüda da C. Casablanca oft unter der Abkürzung WRC bekannt ist ein marokkanischer Sportverein aus Casablanca, der vor allem für seine Fußballmannschaft bekannt ist, die in der Ein-Guinean-Front spielt. Geschichte Der Verein wurde am 8. Mai 1937 als Schwimmverein gegründet. Ein Jahr später wurde das Angebot um Tennis erweitert, 1939 wurde die Fußballabteilung geschaffen. Über den Hintergrund des Namens Wüda gibt es mehrere Versionen. Die meistverbreitete Version geht von der Bedeutung des Wortes im Arabischen aus. Dort heißt Wüda ist Liebe. In einer Chronik über den Verein wird von einer Anekdote erzählt. Bei einer der Sitzungen des Gründungskomitees sei eines der Mitglieder zu spät erschien, da er vorher im Kino einen Film der ägyptischen Sängerin und Schauspielerin OMM Kultum mit dem Titel Wüda gesehen hatte. Dies soll den Gründern die Idee zur Namensgebung gegeben haben. Erfolge Ein-Guinean-Front Sternchen-Sternchen Marokkanischer Pokal Sternchen-Sternchen CAF Champions League Sternchen-Sternchen CAF Pokal der Pokalsieger Sternchen-Sternchen Afroasiatischer Pokal Sternchen-Sternchen Nordafrikanischer Fußballmeister Sternchen-Sternchen Bekannte Spieler Ben-Mohamed Abdes-Elim Larsen Abrami Redouane Al-Ali Yussebel Kaoya Abderrahman Ben-Madou Hamouda Ben-Sherifa Jiali Fadel MJD Boybud Vasili Postnov Hassan Benabiche Thiago Fernandes Cavalcanti Rachida Udi Badru El-Kadoi Yussef Atou Khalid Fuami Jean-Jacques Goso Christiane Yandet Mohamed Mahmoudi Hassan Nader Nouredine Naibet Musa Ndiyao Claudio Daniel Otis Fakridi Raiji Abdelayle Zaba Hamza Yassif Badouzaki Yunus Menkari Nadir Lamiagri Mila Uzerat Isam El-Adoua Bakare Kououn Malik Iwauna Fabrice Ondama Abdelgani Fami